Vor wenigen Wochen überraschten die Bauer-Sucht-Frau-International-Stars Justin und Steffi ihre Fans mit der tollen Nachricht. Die beiden werden Eltern. Nun präsentierte die werdende Mutter im Netz stolz ihren prallen Babybauch. Die beiden Turteltauben lernten sich während der vierten Staffel der beliebten RTL-Show kennen und lieben. Im November 2022 feierten der Ackerbauer aus dem Elsass und die hübsche Österreicherin bereits ihr einjähriges Zusammensein. Inzwischen sind Justin und Steffi sogar verlobt. Die Baby-News der beiden schlugen derweil ein wie eine Bombe, denn sie sind eine echte Sensation in der deutschen TV-Landschaft. Es ist offiziell der allererste Nachwuchs, der aus der internationalen Ableger des bäulichen Kuppelformats hervorgeht. Und allzu lange dürfte es wohl nicht mehr dauern, bis Justin und Steffi ihr gemeinsames Kind treu sorgend auf dem Arm halten können. Die Arzthelferin teilte auf ihrem Instagram-Kanal nämlich voller Stolz zwei Fotos von ihrer Babykugel, und die ist in der Tat schon beachtlich gewachsen. Bauer-Sucht-Frau-International-Hofdame Stefanie freut sich auf ihr Babyfans der bäulichen RTL-Kuppelshow freuen sich mit ihrem Traumpaar. Demnach dürfte sich der neue Erdenbürger wohl bald auf den Weg machen. Ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, behielt es bislang noch für sich. Noch kannst du deine Füße sehen, witzelte eine Userin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Die meisten ihrer Follower wünschen der Alpenländerin jedoch in erster Linie viel Erfolg für die bevorstehende Geburt und sprechen ihr Mut zu. Du wirst eine tolle Mutter sein, ist sich eine Nutzerin sicher. Eine andere ergänzt, ihr seid mein absolutes Traumpaar. Euer Kind wird es sehr schön haben. Mit dieser geballten Unterstützung seitens ihrer Community kann Steffi nun gestärkt in die Endphase ihrer ersten Schwangerschaft gehen. Während der vierten Staffel von Bauer-Sucht-Frau-International funkte es schnell zwischen dem Ackerbauern aus Frankreich und seiner Hofdame. Der erste innige Kuss ließ dementsprechend nicht allzu lange auf sich warten. Justin sagte damals, mein Herz bumst. In wenigen Wochen wird er nun zum ersten Mal Vater. Eine Hochzeit ist ebenfalls für den kommenden Sommer geplant.